Hallo und herzlich willkommen zurück bei Extinction. Ähm, wir schicken immer wieder die Orks zurück nach Mordor, ne? Ähm, ja, das muss ich sagen, es geht einfach nicht anders. Ähm, Raveni exekutieren, okay, Territorium, Grenze, 20 Bürgerrettin. Wie gutes Bürgerretten ist er gleich gemacht. Jetzt ist bloß die Frage, wie viele von diesen dreckigen Riesenviechern die mir entgegenschicken. Mit deren scheiß Drecks... Hombachschlössern. Weißt du, die gehen nicht irgendein und denken so, hm, ja, geil, Rüstung und so, hm. Oh, da ist ein Baumarkt, holen wir uns ein paar Schlösser und machen es noch schwerer. Wie wenn die scheiß Viecher mich nicht sowieso schon mit einem Schlagplatt machen könnten. Wie sind denn die Sterne? Hä? Die Reveni. Sie wissen, dass wir etwas zu tun haben. Sie wissen, dass wir die Portale haben, und wir werden besser auf sie verwendet. Sie denken, dass sie dich suchen? Absolut. Und sie werden das herausfinden, in welchen Bereichen Sie schützen. Also, was mache ich? Sie schützen? Sie attacken und schützenen random. Sie bleiben nicht in einem Ort zu lange. Okay. Äh... Nein, Gegner! Wie ging das nochmal? Scheiße! Verpiss dich! Nein! Die haben mich einfach voll sabbert, die kleine Drecksau. Ah, die sind so stark, Alter. Nochmal einer tot. Du wirst mich doch gerade verarschen, ey. Alter, dass die mich halt immer aufhalten, ne? Schnell! Alter, wie viele sind denn hier? Ihr kennt mich mal, ihr kennt mich mal. Scheiß auf die Reveni. Ja, ja, ich schicke die einfach weg. Die restlichen können sterben. Ich muss ja bloß 20 retten, dann ist die Sache doch eh schon gegessen, oder? Und fertig. Oh, das war jetzt so schwer. Oh, das war jetzt so schwer. Eine subtile Erinnerung. Das sollte nichts vor dir befallen. Die Reveni wäre eine Merse. Hm, herrlich. Wie kann ich ihm sagen, dass du lieber Hallo sagst? Aber du musst beim Evakuieren noch mehr beeilen, sonst retten die Flüchtlinge von den... Ach, muss ich beim Evakuieren? Jetzt dachte ich schon irgendwas stimmt in den Satz. Den Flüchtlinge von den Geierschwärmen abgeschlachtet. Wieso mit 70% auf den Extinction-Meter abschlüssen und nicht sterben? Oh fuck, nicht sterben ist immer scheiße. Warte, was muss ich nochmal machen? Scheiße, ich habe das erste vergessen. Keine Ahnung, Bürger retten, Raveni töten. Passt. Sind da Dornen an den Häusern? Ja, scheiß doch, die waren dann, Alter. Könnt ihr nicht mal eure Häuser richtig sauber machen? Wenn zufällig der Börger sterben oder gar nicht zu sterben, dann schlägt ihr mich auf den Fett. Okay. Lad, man, lad. Wir haben nur den ganzen Tag Zeit hier. Bürger retten 16, Geier töten 20. Ja gut, Bürger retten ist gleich mal. Oh, hoppla. Vulturen. Mit einem Gäste für menschliche Fleisch. Und eine Wingspanne, groß genug, um einen Mann aus dem Boden zu spüren. Na gut, das ist einig. Hast du das auch schon gesagt? Das ist eine Indikation, die Raveni denken, dass dein Plan funktionieren könnte. Ansonsten würden sie nicht auf ihre strategische Offenzeichen aufschlagen. Hm, möglicherweise. Wahrscheinlich, dass du einfach nur gehydraten bist. Insofern, ich brauche, dass du deine schädliche Dämpfe an die Stadt der Weizung schlagen kannst. Ich habe nur gelernt, dass die Menschen nicht unter den Fett. Oh nein, nicht so viel rumklettern, Alter. Ja klar, schaut zu, wie die gemetzelt waren. Warum auch nicht? Diese Vulturen sind wischös. Sie werden schnell von irgendwelchen Zivilisten machen, die sie spüren. Weg mit euch. Was ist denn hier? Ups. Schnell, bevor die Geier ankommen. Weiß der Geier oder weiß er nicht. Äh. Scheiß Baum, verpiss dich. Gott, kann mich mal. Ich rette euch. Wie die halt einfach weiterfliegen? Was soll denn der Scheiß? Ähm. Äh. Ich bin tot. Nein, bin ich nicht tot? Okay, ich bin nicht tot. Fuck you. Ähm. Ähm. Ah, okay. So kann man es auch machen. Wupp. Hui. Weißt du, warum ist da bloß einer? Die anderen lassen wir sterben. Achso, ich soll ja die Viecher killen, ne? Komm her. Hä? Wie? Du bist... Nein. Böse. Böse. Hä? Was? Hier ist irgendwo einer. Äh. Ihr müsst euch auch immer am höchsten Ort verstecken. Ihr müsst euch auch immer am höchsten Ort verstecken. Oder? Hä? Hä? Ah, fuck. Das Arschloch ist am Turm, oder? Ah. Ach, stirb doch. Böse. Hopp. Jetzt gibt es Geflügel, Jungs. Hä? Hui. Ich bin Superman. Ich kann gleiten. Ich habe Gleitgel. Ich kann gleiten. Hä? Uh. Nein. Nein. Ja klar. Schmeiß doch noch mehr her. Ja, ich weiß. Ihr braucht mir nicht danken. Ihr braucht mich nur... Ihr müsst mich nur anbeten. Ich bring euer Gott. Oh, da drüben ist ja auch noch... Juhu. Wo ich weiß, dass ich da gleiten kann, geht das auch viel schneller. Oder viel besser. Ach was. Die wollen nur spielen. Oh, verpiss dich. Wo ist der andere? Ähm. Fuck. Nein. Wo kommen die schon wieder alle her? Da muss irgendwo ein Nest sein. Äh. Ja, danke. Das weiß ich selber. Da brauchst du mich nicht ständig dran. Warte, wo bist du? Da bist du. Hui. Äh. Soll ich da überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Oh. Äh. Scheiße. Dann machen wir es halt so. Ähm. Ich glaub hier war ich schon. Ah. Schaut schon besser aus. Warte. Wie viel hatte ich? Einen noch. Einen noch. Komm dir Geier. Ich will das Ding machen. Hä? Wo sind die da? Drüben ist noch einer. Ob ich will wenigstens das. Äh. Hoch mit ihr. Also Jungs. Ihr müsst da schon runter kommen. Wenn ihr da her wollt. Wenn ihr Dresche wollt. Müsst ihr runter kommen. Hä? Wo ist denn der andere? Da ist er. Nein. Äh. Was machst du? Oh. Die haben sich schon gefressen. Wenn es schmeckt. Ja. Fuck. Äh. Nicht sterben war das andere. Wo war denn der letzte? Da drüben ist noch einer. Ich kann gleiten. Äh. Äh. Ja klar. Rundschrunde. Hä? Wo ist denn da einer? Ist da überhaupt einer? Ja. Geschafft. Dich nehme ich nur mit. Boah alter. Das schaut lustig aus. Wieso wir? Wieso wir? Ich kämpfe. Du stehst nur irgendwie mal rum. Der labert einen Mist. Alter. Ich werde mich ständig in die Luft schauen müssen. Möchte in die Luft schauen müssen alter. Er muss ständig in die Luft schauen. Weil ein riesiger fucking 20 Meter Orgen über dem steht. Äh. Yay. Was gibt es noch? Was können wir brauchen? Senken die Schwerkraft beim Zielen von Runeschlägen um 10%. Finish. Gut. Machen wir. Machen wir Heilung wieder noch? Ach komm. Machen wir Heilung noch. Einfach nur weil wir es können. Zirkeltraining. Ich habe euch jetzt gar nichts gezeichnet. Was war denn der Scheiß jetzt? Egal. Ähm. Töte Firavini. Super. Geil. Endlich wieder große Monster töten. Nicht sterben. Oh verdammt. Das musste jetzt sein oder? Bonus Ding nicht sterben. Wahrscheinlich lauf ich hin. Der erste macht so. Mö, fuck Fliege. Pff. Matsch. Die werden sich auch immer denken. Was sind das für fuck Fliegen man? Der schwebt ständig an mir rum und klettert an mir rauf. Gut ich meine das sind riesige Orks. Die müssten es gewöhnt sein dass sie stinken. Und irgendwelche Viecher an denen hinaufkrabbeln. Wahrscheinlich nur nicht in der Größe von mir. und mit einem Schwert, wo ich den scheiß verdammten Fuß abhaken kann. Und Arm und Kopf und die Rüstung. Oh, bitte. Meinetwegen goldene oder sonst irgendwas. Aber... Ja, was bringt das Portal? Ich weiß immer noch nie, was das scheiß Portal bringt, Mann. Es portalt. Es teleportiert Leute. Okay. Ah, hör doch auf da. Nein. Ah, du Arschloch. Ah, erwischt. Verpiss dich, ey. Schnell, schick sie weg. Du weißt, dass du so einen tötest, ne? Danke, verpiss dich. Wie, da ist... Da ist ja schon einer da. Was soll der Kack jetzt? Ah, komm herauf jetzt da, ihr geflügelnden Hühnchen. Ihr hässlichen, geflügelnden, stinkenden Hühnchen. Hä? Spring! Schnell! Schnell! Schick sie weg! Oh, oh. Ich danke mir später. Ich möchte einen Döner. The Raveni have sent more forces your way, Abiel. Schnell! Bevor du mich plattmach. Hör doch mal auf damit. Oh, oh. Jetzt habe ich mich verschluckt, also. Oh, oh. Oh, oh. Nein, ich bin vor unten. Fuck you. Oh, oh. Jetzt halt dich doch fest. Wow. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ah. Verdammte Scheiße. Du bist so eklig und fett, Alter. Rutscht mir gleich ab. Jetzt hänge ich unter seinem Achsel. Bitte nicht furzen. Äh, bitte nicht die Sarge. Hä? Ich verstehe gerade nicht, warum ich abschlütze. Wow. Na super, dahinten ist ja gleich noch einer. Wieso nicht so, als ob ich so viel Zeit habe. Schnell, schnell, schnell. Ja. Nein. Warum machst du das nicht, du Arschloch? Ja, jetzt halt stirb, du Sau. Aber wir gleiten doch gleich mal weiter zum nächsten Spacker. So, jetzt muss das da runde. Ah, sehr schön. Du hast ja abnehmbare Schuhe, Junge. Fuck you. Ähm. Ich erwisch nicht, ich erwisch nicht. Ah, Drecksau. Nein. Warum hat er jetzt mich erwischt? Oh, fuck. Ich dachte, jetzt erwischte ich mich. Oh, das füße ich ab. Und jetzt bist du so gut wie tot, Junge. Hau dir auf deinen Arsch, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Bitte nicht wehren. Ich rassier dich nur kurz. Oh, Entschuldigung, ich hab den Kopf erwischt. Was bist du für einer? Hier bin ich. Hier bin ich. Oh. Zivilisten, die noch leben. Lustig. Schnell. Lass dir in Ruhe. Lass dir in Ruhe. Oh, 61% vom Ding bloß noch. Ich muss das wieder auf... Ich muss das upgraden. Schnell, bevor sie sterben. Schnell, 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 schnell. Der greift gleich an. Aha. Pech gehabt, Pech gehabt. Oh, fuck. Oh, fuck. Another revenge for me to slay. Fuck die, Junge. Und das muss weg. Hä? Willst du mich verarschen? Der hat mich doch nicht mehr richtig erwischt. Ähm. Wollt ihr mich verarschen? Das sind drei. Oder nur zwei. Oh, fuck you. Geht die Ruhenenergie eigentlich nach und nach runter? Schnell, 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 schnell. Ich bin zu langsack. Ich bin zu langsack. Das war nichts denn nicht von dir. Schnell hoch mit dir. Äh, was ist jetzt los? Oh, was? Ihr wollt mich jetzt gerade verarschen, oder? Ein Absturz? In so einem Spiel? Hallo? Ja, das werden wir dann nochmal spielen müssen. Aber die Folge wäre jetzt eh rum gewesen. Ist halt scheiße gelaufen. Ja. Hier, schaut mein Menü. Schaut mein Menü. Yeah. Ähm. Gut, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. So ein Scheißdreck. Servus.